Simon Jentsch ist ein ehemaliger deutscher Fußballtorhüter und heutiger Trainer. Leben Simon Jentsch ist der Sohn des deutschen Fußballtrainers Werner Jentsch und einer Engländerin. Er wuchs im Umfeld der britischen Militärkaserne in Brüggen am Niederrhein auf und besitzt auch die Staatsbürgerschaft Großbritanniens. Laufbahn In seinen ersten Profijahren in Uerdingen konnte er sich nicht durchsetzen. Beim Karlsruher SC schaffte er den Durchbruch und wurde Stammtorhüter. Danach spielte er für den TSV 1860 München, bevor er zur Saison 2003-04 zum VfL Wolfsburg wechselte. Im Dezember 2004 gehörte er dem Kader der deutschen Nationalmannschaft während der Asienreise an, kam aber nicht zum Einsatz. Nach mäßigen Leistungen in der Vorrunde der Saison 2007-08 wurde Jentsch vom Wolfsburger Trainer Felix Magath in der Winterpause ausgemustert. Sein Nachfolger als Stammtorwart wurde der Schweizer Nationalspieler Diego Benaglio. In der Saison 2008-09 gehörte Jentsch nicht mehr dem Kader an. Zum 31. März 2009 wurde sein Vertrag in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst. Im Juni 2009 unterzeichnete Jentsch ein Einjahresvertrag beim Zweitligisten FC Augsburg. Bereits im November wurde der Vertrag um ein Jahr verlängert, nachdem Jentsch zum unangefochtenen Stammtorhüter geworden war. Im Mai 2011 stieg Augsburg mit Jentsch erstmals in die Fußball-Bundesliga auf. Am 13. Mai 2013 gab er sein Karriereende zum Ende der Saison bekannt. Grund war eine im Oktober 2011 erfolgte Verletzung am rechten Ringfinger, von der er sich nicht richtig erholte. Zur Saison 2014-15 wurde Jentsch Torwart Trainer bei Fortuna Düsseldorf. Erfolge 1994 U18 Vize-Europameister Auszeichnungen Gewinner des Awards Die Weiße Weste als bester Torhüter der 2. Bundesliga in der Saison 2010-11 Spick Remof der St emerschroffte Untertitel Super Super